Hier 2004 mit der Nachbrichserstattung zum Spiel 1. FC Union Berlin gegen den FC Bayern München. Beim FC Bayern München ist man natürlich gespannt, was passiert, nachdem die Bayern eine ordentliche Klatsche bekommen haben unter der Woche im DFB-Pokal. Bei Gladbach fünf Dinger eingeschenkt, keins selber gemacht, ganz, ganz ekelhaft ausgeschieden an der Stelle aus dem DFB-Pokal. Heute mit vier Änderungen, Upa Meccano, der wirklich ein katastrophales Spieler hatte am Mittwoch, nicht in der Startelf, Gnabry nicht in der Startelf, dafür Coman. Guretzka wurde ja verletzt ausgewechselt, dafür hat Tolisso heute Spielzeit bekommen und Stanisic war der Mann, der von Beginn an auf dem rechten Verteidiger stand. Mit den Änderungen ist der FC Bayern ins Spiel gegangen und es hat gar nicht lange gedauert. 15. Minute, Robert Lewandowski mit dem 1 zu 0 nach einem Handelfmeter, Sané hat irgendwie kurz vor dem Strafraum geschossen. Verteidiger gerätzt rein, hat den Arm ungefähr so oben, gibt dann natürlich den Handelfmeter klare Kiste. Lewandowski hat den Torwart verladen, Torwart nach rechts gesprungen, abgetaucht. Lewandowski unten links platziert in die Ecke geschossen, das war ein sehr, sehr easy Ding. Und es hat gar nicht lange gedauert, 23. Minute, 2 zu 0, schöne Freistoßvariante. Müller, Kimmich, Sané und Lewandowski stehen allesamt beim Freistoß, machen so ein bisschen einen auf Stress. Müller kommt zum Schlichten dazu, dann ein bisschen, ich schieße, nee, du schieße. Dann stehen sie da, machen ein paar komische Bewegungen. Kimmich spielt den, einen halben Meter tickt er den an auf Müller, der lässt den, ja, stoppt den einfach nur an und Lewandowski zieht dann aus 18 Metern drauf. Ins Torwart-Eck hat funktioniert, schöne Variante. Wenn der Spieler vorher nicht reingegrätscht wäre, hätte er ihn wahrscheinlich geblockt, der letzte Verteidiger noch. Aber so geht Bayern 2 zu 0 in Führung und wieder nur knapp 10 Minuten später, 34. Minute, geht der FC Bayern München dann zum 3 zu 0 in Führung. Kingsley Coman hat einen schönen Ball in den Strafraum gespielt auf Thomas Müller, der verlängert den einmal Volley auf Leroy Sané, der dann ein bisschen überrascht wirkte, den Ball aber trotzdem ins Tor bekommen hat. Gab noch ein Gegentor vor der Halbzeit, 43. Minute, Gieselmann, auch nach einem schönen Seitenwechsel einmal durch den Strafraum. Neuer, ja, hat da ordentlich gepatzt, den hätte er halten müssen, meiner Meinung nach. Da sah er nicht gut aus bei diesem Gegentor und dann ging es mit 1 zu 3 in die Halbzeitunion. Vor der zweiten Halbzeit hat er noch, vor dem Halbzeitpfiff, noch ein Abseits-Tor geschossen, aber wie gesagt, Abseits wurde dann zurückgenommen, dann wieder an Pfiff, 60. Minute, Kingsley Coman haut den Ball einfach mal in Winkel. Spitzer Winkel, Torwart-Eck wieder, da kann man dem Keeper allerdings keinen Vorwurf machen, 4-1 Bayern. 64. dann die Antwort vom gerade eingewechselten Ryerson, nach Vorlage von einem anderen eingewechselten Spieler in den Rücken gelegt, einmal die Verteidigung ausgespielt und dann das Tor, aber es sollte noch nicht zu Ende sein. Upamecano wurde irgendwann eingewechselt, 70 Meter Sprint nach vorne, legt den für ihn auf links rüber. Müller mit einem Kontakt nochmal vorgelegt und dann ins lange Eck gezwiebelt. Der FC Bayern München gewinnt dieses Spiel also mit 5 zu 2, verdient. Union hatte zwischendurch eine sehr, sehr starke Phase, muss man anerkennen. Im Endeffekt gewinnt der FC Bayern diese Partie und ist damit weiterhin Tabellenführer. Dortmund auch gegen Köln gewonnen mit 2 zu 0, oder stand jetzt 2 zu 0. Das heißt, es bleibt weiterhin spannend oben in der Liga. Bayern 25 Punkte, Dortmund 24 Punkte. Das war es von mir, wenn es dir gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und ciao.